Untertitelung im Auftrag des ZDF für funk, 2017 Schönes Taglii! Wenn ich eines nicht hören kann. Am Telefon oder in einem Laden. Schönes Taglii! Die Ärzte, zeigen Sie mir Ideen. Ich denke, das wollen Sie meine Ideen sehen. Sie schaucht die Fotos und sagt, machen wir die Nase wie der Grunwi-Forkäfte. Krrr! Schickst mir Fotos bei Handy-Vengos-Ferien? Früher, vor 76 Jahren, ist doch ein Moment. Du, sagst du mir das? Ich komme mal in eine Show. Sie kommen nie! Im Weltuntergang hat die Schweiz nur. Beobachterstatus. Ganz neutral. CO2-neutral. Wir müssen Quarantäne verkürzen. Denkt an die KM und den Mittelstand, die Wirtschaft. Willst du Wirtschaften? Ein paar Mal hast du kurz verwacht. Heute hast du zu allem eine Meinung einen Like oder einen Don't Like. Dazwischen gibt es nichts. Kann nicht sein. Die Tatsache ist, dass mir dieser Friedli einen Abend meines Lebens gestohlen hat. Nein, das weiss ich. Dass die, die glauben, eben nur glauben, sie wissen es. Warum ich auf der Bühne stehe, ist kompliziert.